Man spielt Ganyu mit Child, damit der Charge eine Stufe höher geht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das macht Sinn. Vor allem, weil Freeze, ne? Freeze ist auch krass. Also egal, ob Child und Ganyu oder Deluc mit Ganyu, beide sind mega krass. Wir sind endlich zurück! Ich bin noch... Komm schon, Ganyu! Wir sind fast da! Du willst jetzt nicht zurückkehren, hast du? Ich denke, du hast ein Punkt. Es wäre mir ziemlich impolite, dass ich die beiden jetzt nicht verlassen. Das stimmt! Woher willst du erst gehen? Ich habe zu viel Zeit in den Mountains. Die erste Sache, die mir geht, ist das Meer. Okay, wir gehen für einen Weg in die Porte. Ich bin froh, dass ich mitgekommen bin. Okay. Blut. Gönnt ihr Ganyu, nachdem ich auf ihren Banner leider Mona gezogen habe, beim Pity... Oh, Digga! Das ist wieder so richtig wack, ne? Ja. Das ist leider immer das Ding. Es ist halt nur immer eine Fifty-Fifty, ne? Und ich wette mit euch, wenn ich beim nächsten Banner Gold ziehe, dann ist es nicht Schau, sondern irgendwas anderes. Dann ist es Klee. Safe. Ich call's jetzt. Die Sound of the... Möde, ähnlich wie die, die ich während meiner Training in Juyunkarst fühlte. Warum, nicht das? Little Miss Ganyu! Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich hier treffen würde. Du bist immer so sehr beschäftigt. Dieser Mann hat sie Little Miss Ganyu. Möde, mich zu erinnern an Uncle Tien. Er ist... Das ist okay, nur sagen sie die Wahrheit. Sie haben so viel für Leo gemacht, und ich bin derjenige, dass ich mich noch zu erinnern habe. Uncle Tien ist ein Mitglied der Leo-Achising, der Tien-Chu. Was? Der Papa ist ein Mitglied der Chising? Das gleiche rank wie Mingguang? Hush, jetzt. Ich muss mich für deine Discretion über meine Identität fragen. Fische in die Porte und Strollen über sind die größte Leidenschaft von meinem Leben. Ich habe keinen Willen zu sein, von diesen Arm-Guarden. In den meisten Menschen, ich bin nur ein vergleichbar und ordentlicher Mann. Hm. Uncle Tien ist zu modest. Er hat sich seit langem vor. Da gibt es niemanden, der kann eine Person von so einer noble Charaktere verletzen. Oh, Little Miss Ganyu. Ihr kind words make me feel that my decades of hard work haven't been in vain. Uncle Tien. A Person of your standing should really stop calling me Little Miss Ganyu. Oh, my apologies. It's not intentional, just a childhood habit of mine. Thank you for looking after me when I first ascended to my position in the Chi Sing. Oh, so you've been friends for many decades now, huh? Oh, I was just fulfilling my duties as the Chi Sing's secretary. It's nothing worthy of your gratitude. Talking about secretaries... I don't know if I should bring it up. Ganyu, I believe you know my daughter Huixing? Huixing. Heh. Heh. She works at Uai Pavilion and she's my junior. How can I help her? Heh heh. I don't know myself, really. She's all grown up now and doesn't like to ask for my help. May I trouble you to meet her at Uai Pavilion? She just needs a bit of guidance. With pleasure. Solving the Chi Sing's problems has always been in my job description. She's back in character. Just like that, huh? Let's move then. To Uai Pavilion. To Uai Pavilion. Hast du einen Jubiläumstrailer gesehen? Ja, den haben wir gesehen. Ähm... Also, ich hab ihn gesehen. Kommt wahrscheinlich morgen dann. Ein Video oder so. Mal schauen. So. Sphäre. Gebietssäuberung. Treffen auf Sturmschrecken. Ah, okay. Das ist jetzt neu, oder wie? Aha. Warte mal. Goldstube. Heißt das, dass wir den Wolf noch machen können, glaub ich, ne? Theoretisch. Zane hier, hab beim Pity auch nicht Garnyu, aber zumindest... Aber zumindest keine, kann mich nicht beschweren. Oh, Keqing ist aber... Keqing ist aber gut, man. Again, also... Adventure Time. Ich find alle Five Stars, die es... Äh, Five Stars... Ich find alle Five Stars, die es momentan gibt, cool. Gchau finde ich super. Garnyu finde ich cool. Adventure Time. Aber auch, ähm... Keqing. Keqing. Keqing ist actually einer der cooleren, äh, alten Five Stars. Ich glaube, Keqing haben wir erst ein einziges Mal gesehen, ne? In der Story mit Ninguan. Ähm... Oh, Mona, ist auch ganz cool. Ja. So. Adventure Time. Adventure Time. Ah, Miss Garnyu. It's been too long. I don't know why, but seeing you brings me a sense of peace in these chaotic times. Indeed, it has been a while, Huixin. I'm flattered, but aren't you exaggerating a little? I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of some help. Sigh. My father asked you to come, didn't he? Abusing his status as a member of the Chi-Sing to trouble you. Haha, don't worry. I'm always happy to help a junior colleague from Yuahai Pavilion. Garnyu's not only a competent secretary, but also a great mentor. So, what can you tell me about the problem? Ugh, where should I start? I discovered something strange while organizing tax records. There are obvious irregularities in the tax declarations of two stores, Second Life and Wanyo Boutique. However, whether I question the shopkeepers or check their accounts, I can't seem to make any progress with my investigation. Without any evidence, my hands are tied. I see. It's not uncommon for merchants to be blinded by greed. Well, is there any solution you can advise? Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. Okay. Let's approach it this way then. Your enemy knows you best. Huh? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business rivals, competing for market share due to their similar wares. Hmm. In that case... In that case... Ah! I know what you mean, Ms. Ganyu. Ms. Ganyu plans to let them expose each other. Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is... Bolli, isn't it? Yes, you're right. Follow me, please. Digga, sind wir jetzt irgendwie... Ins Binnis-Binnis-Meeting reingeflutscht, Alter? Sind wir gerade dabei, irgendwie... Marktforschung zu betreiben jetzt? Oder was ist das hier? Was wird das hier, Mann? Ich will große Monster verprügeln. Vor allem soll ja noch ein Event vom... vom Berg ausstehen. Und das muss mit Ganyu zu tun haben. Off we go! No! Digga, das kannst du keinen mehr erzählen. Aha! Wir treffen uns wieder, Traveller. And you must be... from the Yuhai Pavilion? I suppose you're about to place a big order. I'd be honored to offer you my wares. That won't be necessary, Mr. Bolli. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yuhai Pavilion. Should we need to place such an order, we would certainly go to Second Life instead. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongshon. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent. And based on their tax records, their business is thriving. Ha ha ha. Hmm. Tax records? Ha ha. Thriving? Huh. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Bolli? Don't let that rascal fool you. I know his dirty tricks best. If you don't believe me, show me his tax records. I'm sure I'll find something fishy in there. You know Second Life's business so well? Of course. Ugh. Their every transaction makes my blood boil. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Well then, please look over this tax record. We'll review Second Life's credit based on your observations. Oh, of course. I'll read very, very carefully. Decke. Line by line and word by word. Aha. Ah, here I found it. Kacken die sich jetzt gegenseitig an. Furniture set he bought from Fonmu Carpenters at the beginning of the year. Ugh. He even flaunted it in front of me. Look at the tax record. Not a word about that furniture. And he kept all the profit for himself. I see. He must have gotten rid of all the documents related to this transaction. No wonder there was no trace of it. Hm. I told you so. Just as I expected. Ugh. I can't wait to watch him squirm. But, Ms. Ganyu, despite all this, can't he just flat out deny ever making this transaction? He might have destroyed all the evidence, but I believe the supplier, Fonmu Carpenters, might still have some proof of it. Aha. You're right. Master Lu from Fonmu Carpenters must still have the invoice. He wouldn't be swayed by the likes of Dongsheng. I hope so. Let's go to Fonmu Carpenters. It should be near Chingsa Village. Thank you for shining a light on the message of the line. Oh, please, please. That's nothing. I just hope you won't be lenient with him, once you find the evidence. That's the best way to show your gratitude. I'm afraid I can't go to Chingsa Village. It's all right, please. Oh, that's... Digga, ich dachte hier, wir spielen hier ein krasses Fantasy-RPG, Alter. Jetzt müssen wir uns um irgendwelche Steuer... Steuerbelege kümmern. Das ist ja fast wie im echten Leben, Junge. Davon will ich doch wegkommen, wenn ich ein Spiel anmache. Und jetzt ist es hier. Raumi, by the way, vielen, vielen Dank für die vier Monate Subscription. Kuss geht raus an dich, mein Freund. Kuss geht raus an dich, mein Freund. Ist hier irgendwo eine Schatztruhe? Ah ja, dann sieht mal eine an. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ein altes Carpenter wie ich dir helfen? Ich bin immer glücklich, um neue Apprenten zu nehmen, aber ich bin Angst, dass ich nicht zu viel nehmen kann. Aber ich bin immer bei dir, wenn du gerne für ein Gespräch hast. Chingsa wirklich ist voll von lonely alten Menschen. Hey, ich habe das gehört, Flying One. Ah, fine, I'm sorry. Master Liu, we've just come to see you and ask you some questions. Ah, don't worry, I know. You're from the Yuhai Pavilion, right? Why would the Qixing care about an old man like me? Well, whatever. You said that you want to ask me something. Ask away, then. You're very direct, Master Liu. I will be plain. We're looking for proof that Dongsheng from Second Life has been evading taxation. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. It was a big order. How could I forget? Sure enough, Mr. Baulai was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongsheng otherwise. Digga, es geht in diesem Spiel gerade um Steuerhinterziehung. But I'm not so sprightly anymore. Uh, what's that supposed to mean? Ugh, I only do my woodwork and display finished wares here at Fanmu Carpenters. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse. West of here, but some troublemakers have recently moved there, invading my warehouse. I tried to drive them away, but they just wouldn't leave. Since you need that invoice anyway, it may be best to get it from the warehouse yourself. And while you're at it, you can teach those louts a lesson. So that's what happened. Lumen, digga. Ha! 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 I'll leave you to it then. Ha! I need to get back to work. Diesen Lümmeln. Alright, dann machen wir das. Get back to the warehouse and find the invoice. Endlich ein bisschen Action. Show our stuff in a fight. Wait. Oh, Paimon sees them too. It's one of the Fatui. Oh, es ist ein Eisfatui. They must be plotting something against Liwa Harbor. Maybe they're the Scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Yeah, Jungs, jetzt labert nicht. Da unten steht ein dicker Fatui. Den müssen wir jetzt erstmal weghauen. So. Lieber bei The Witcher wieder Formularpassierscheine 38a suchen. So, this is the end. Dankeschön. Dankeschön für die 5 Gifts Ups. 4. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hast du bestimmte Streamingzeiten? Ähm. Eigentlich immer so abends. 17, 18 Uhr. Je nachdem. Im Sommer auch mal gerne ein bisschen später. 19 Uhr ist eigentlich so eine sehr häufige Zeit. Äh. Aber eigentlich. Immer so ein bisschen spontan. Je nachdem was ansteht. Genshin hat den Leerauftrag erfüllt. Kann man, kann man so sehen, ja. Sehr sympathisch. Lass ein Abo. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. So, kann ich please mal hulten? Bats. Der hat super viel Leben, ne? Oh, you scoundrels. I think you've had enough. About time you tell us your plan. No? Plan? What plan? We just taught you a lesson, but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're scheming against Liyue, we'll be forced to use harsher methods. I'm telling the truth. I'm telling you to come up with such a silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning. And I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone. And Jinxia Village is nothing more than a retirement spot for old people. What can I be scheming anyway? Hauptsache, erst mal verprügeln. I also feel, that he's telling the truth. I, um... Whoopsie! I misjudged the situation and offended you. Yeah, sorry, that we didn't have a problem, ne? Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Exchange? This woman, she's clearly aware, that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us for Tui. Dass wir den verprügelt haben, nennt sie einen Austausch. Alternative, you may try to solve this problem with force once again. Hi, Mon Jin! Darn you. How can you wear that solemn face, what bullying me like this? What's your choice then? I'll get back to my berries. Und sie hat ihm vorgeschlagen... I made a laughing stock out of myself. I might have spent too much time away from work. My intuition is not as accurate as it used to be. Sie hat ihm einfach vorgeschlagen, wenn es ihm nicht passt, dass wir ihn verprügelt haben, dann solle, dann könne er doch, äh, eine Beschwerde einlegen. Beim Amt, da wo sie ihr arbeitet. Ihr nur drei Sterne auf Yelp geben. No worries. It's always nice to teach the Fatui a lesson. Haha. Let's keep moving towards Master Loo's warehouse. Our goal is to get the invoice after all. Oh, Mann, ey. Oh, Menno, Menno, Menno. Hast du keinen Ringfit gestreamt? Bekam keine Benachrichtigung. Ich habe, äh, seit einer Woche keinen Ringfit gestreamt. Oh, na, sieh mal einer an. We're nothing more than a few huge trolls. Let's kill them what we got. We go. Absorption test. Absorption test. So, finally. Boom. Oh, schade. Kein Crit. Schade. Wo ist denn hier? Ach, der lebt noch, ne? Headshot. Ich wollte eigentlich alle wegritten, aber ich habe viel zu lang gebraucht, um Childe zu... Ich habe viel zu langen. Ich habe viel zu langen. Ich habe viel zu langen. Ach, das ist unser Herz. schon wieder kein crit es darf doch nicht sein okay okay uh-huh Das ist ein Invoice vom One-Man-Restaurant. Ein paar Diener Tables und Chairs. Das ist nicht das. Das ist ein... Wangsheng-Funeral Parlors. Oh, also machen sie Coffins, auch! Äh, bin ich lost, Dicker? Warte mal. Ah, ja! Hinter mal! Ja, genau, Dicker. Eine Rechnung hinterm Haus. So. Naja, es war ein Schlagaustausch. Sagt man nicht Schlagabtausch? Stimmt, das kommt noch von den Pokémon... Ähm... Nicht Colosseum? Stadium-Seiten. Was ein Schlagabtausch! Auf die Bretter! Das Ding sieht aus wie eine Eule, ne? Wie so ein Eulengesicht, diese Flügel. Na, so die Augen und das Schnabel so in der Mitte. Wie so eine eisige Eule. Ah, ich... Ich versuche dir zu helfen und ich werde meine... Schau! Es ist die Invoice für die Transaktion zwischen Second Life und Fanmu Carpenters. Wir haben sie zurückgebracht. Oh, vielen Dank! Jetzt können wir dieses Problem lösen. Entstanden. Wie geht es darum, wir gehen in Second Life und... ...einen schönen Chat mit dem Ehrer. So, by the way, hallöchen Mikogga und hallöchen Eri. Ich weiß gar nicht, ob Mikogga noch da ist. Ich gucke leider gerade nicht so viel auf den Chat, weil wir ja diese Story noch kurz fertig machen wollen. Danach bin ich aber wieder... ...nur für euch da. Dann machen wir auch die Alerts und so wieder an, ne? Aber ich bin überrascht, wie lang diese Quest dauert. Ich hätte nicht gedacht, ne? Vor allem, weil das ja nicht viel mit Garnio zu tun hat. Aber gut, sie ist halt die Steuertante, ne? Steuereintreiber. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. ... dass alle meine Transaktionen sind in die Rechte. Meine Verhältnisse sind schrecklich. Ich hoffe, dass meine Geschäfts nicht verletzt werden. Ich hoffe, dass meine Geschäfts nicht durch irgendwelche Grundlosen Accusations verletzt. Grundlosen Accusations? Herr Dangsheng, Sie sind sehr sicherlich von sich. Aber ich sage, dass Sie dieses Verletzungsverletz erstmals verletzen. Es ist liable, dass die Entschuldigung verletzt wird, in der Ende. Äh, nein. Nein, ich bin ehrlich. Ich würde niemals mit irgendwelchen Fragilien sourcesen von Profit. Ich habe mich nicht klar. Herr Dangsheng, Sie sind bereits verletzt verletzt. Ich kam hier einfach zu sehen, ob Sie verletzt. Was? Verletzt verletzt? Wie ist das? Das ist unmöglich. Absolutlich absurd. Er spricht ohne Rhyme oder Rhyme. Er muss sich unter Ganyu's pressen. Zeit für das Finishing Blow. Herr Dangsheng, Sie können Sie mir erzählen, was das ist? Ich... Es... Es ist ein Invoice von Fanmu Carpenters. Ich... 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 Master Liu. Er... Ich... Ich habe nicht... Sie verletzten, dass diese Transaktion abschließt aus dem Rekord. Ich glaube, Sie würden nicht herausfinden. Ich habe nicht einen einzigen Tränen. Verletzt. Wir haben nicht herausgefunden, wenn es nicht für Herr Boa Lai sein hätte. Boa Lai? Der Imp von Wanyo Boutique? Er hat mir hinter mir zurückgelegt. Er hat seine eigene Bezahl von schadern. Oh. Herr Dangsheng. Ich würde lieber ein bisschen mehr über dieses schadern. Die machen jetzt allen die Geschäfte zu, weil die alle Steuern hinterziehen, oder was? So ein Dreck, Digga. M-My father? Ganyu! 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 Blind Date, Blind Date. So, Shaman, grüß dich. Grüß dich, grüß dich. Oh, da ist ja wieder mal Treff hier. So. Hoffentlich sind wir bald durch und dann können wir den echten Shit machen. So, ab ins Restaurant. Ab in den Dönerladen. So, habt ihr gehört, Leute? Die Nintendo Lose wurde verschoben. Auf 20,30. Denn sie haben sie verloren. Versteht ihr? Die ist verliebt. Die ist verliebt. Die ist verliebt. Die ist verliebt. Es ist wirklich ein Blind Date. Ich weiß nicht, dass du so großartig von mir denkst. Aber in Wahrheit, arbeiten bei der Yuhai Pavilion ist eine arduöse Aufgabe. Ich kann mich nicht vergleichen mit einer so großartigen Sekretärin wie du. Ich verliebe mich oft als результат. Ich verliebe. Du bist ein großartiger Sekretärin in deinem eigenen Recht. Dankeschön. Über die Jahre, ich wurde eine Mutter, auch. So, Uncle Tian ist ein Grandpa! Influenced by my youthful ideals, sie folgte meine footsteps und kamen zu sein als eine Sekretärin bei der Yuhai Pavilion, auch. At first, ich war sehr worried. Es ist nicht ein leichtes Job, nachher zu sagen. Zu sagen die Wahrheit, ich bin noch nicht sicher, ob sie ist genug genug. Aber nachdem das alles, was ich diese Zeit gemacht habe, habe ich meine Meinung zu unterstützen. So, was hat dich verändert? Die Wahrheit, dass sie dich, Frau Ganyu, als ihre Senior-Kollege hat. Du kannst sie, gentle als immer. Und sagst sie, deine Mutter hat das so gemacht. Das wäre so ein schönes Moment. Wenn es nicht zu viel zu fragen ist, dann könnte sie noch mehr Zeit brauchen. Huishin... Ich... Ich habe nie gedacht, dass ich so viel bedeutet. Ja, wie wenn du mir mein Vater gezeigt hast. Dein Sie als der Witness macht die Leute zu fühlen. Witness? Es ist wahr, dass ich seit Jahrzehnten von Leue Harbors gesehen habe. All die Veränderungen, die historien von ihren Leuten. Aber ich habe immer noch niemals als die Sorte der mein Loneliness. Huishin... Ich weiß nicht, wie wichtig diese Worten sind zu mir. Du hast mich herausgefunden, dass ich eine andere Verbindung mit der Leute von Leue Harbors, apart von meinem Kontakt mit Rex Lapis. Sie rely auf mich, accept mich, und lange für mich zu bear witness zu ihren Geschichten. Natürlich. Du bist irreplaceable zu uns. Das ist richtig. Das ist warum ich nicht zufrieden Sie. Hooray! Ganyu ist endlich geholfen! Wollten wir nicht essen? Wollten wir weg? Paimon ist noch zufrieden! Jawoll! Was? Es geht noch weiter? Heeeh... Digger! Hoteka, grüß dich! Grüße geht raus. Schau dich schon über fünf Jahre mit einem Stil der Zuschauerin. Vielen Dank! So... Dann springen wir mal vom Berg runter. Ich glaube, das dürfte es dann auch gewesen sein mit der Mission, ne? Also bisher muss ich sagen... Wel... Ich frage mal in die Runde rein. Welcher Legendenauftrag von welchem Legicha hat euch am besten gefallen? Schreibt mal rein. Das würde mich mal wirklich interessieren. Weil die sind so unterschiedlich. Child, Venti... Ich persönlich... Song Lee... Okay. Ich persönlich fand Deluxe Geschichte richtig cool. Weil er hat so eine typische Superman oder Batman Geschichte, ne? Am Tag über ist er Bartender und in der Nacht ist er Superhero. Aber, äh... Child fand ich auch richtig cool, wie der alles weggeschnetzelt hat. Und mit seinem kleinen Bruder und so. Song Lee war auch cool. Aber... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sie sind nicht okay? Sie haben nie abgeschlossen. Sie haben nicht geschlossen. Sie haben ihr genug Zeit für Leisure? Sie sind, Sie sind eine verwendung für mich. Sie sind nicht alle. Sie sind nicht bei dem. Sie haben sehr lange Arbeit. Sie haben noch ein Geheimdienst. Wenn wir nicht ein Geheimdienst... Wir würden nicht lange genug sein, Sie sehen uns wieder einmal mehr. Wir haben wir lange genug遲ziehen, Frau Ganyu. Eskonyu, wir haben Sie gegründet. Das ist so kind, von Ihnen alle. Wir haben nur einmal mitgebracht. Wir haben heute Morgen und Nacht für Sie zurück und zurückgebracht und wiederholfen Sie wieder. Zu uns, Sie sind wie ein Adeptus gekommen, um die Welt zu retten, um alle Leben zu retten. Forget all unsere envious complaints von vorher. Just free uns von dieser strenuous Arbeit, bitte. All right? All right, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started and those that are in progress. I'll take care of the rest. Of course. We'll do it right away. Oh, finally. We're saved. Hashtag faul? Yes, there's one more thing. I'd like to earnestly thank you, traveler. If it weren't for your companionship, I... To think that I'd gained a human friend outside of work. It makes me happier than I could have imagined. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I... Accompanied you on one of your trips? Sure, but... Are you ever done with work on you? Hmm. Uh... Let's cross that bridge when we come to it. Shall we? Hä, du könntest auch einfach aus dem Banner springen im nächsten Pack. How about that? Jawoll, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Mit der... Weißt du? Nice, little. Haben wir noch? Ah, ja, schau mal. Ganyu! 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 Hey, das ist aber nicht Ganyu. Ganyu!